Hallo, Markus hier von Markus-Fotos.de. Heute wollen wir über chromatische Aberrationen sprechen. Und das sind diese ja meist pinken oder grünlichen Ränder, die ihr manchmal auf euren Fotos habt. Weißes Licht setzt sich aus mehreren Wellenlängen zusammen. Gut zu sehen ist das, wenn man Licht durch ein Prisma schickt. Dann wird es in seine Spektralfarben aufgefächert und wir sehen einen Regenbogen. Dieser Effekt tritt aber nicht nur bei Prismen auf, sondern immer dann, wenn Licht gebrochen wird. Also zum Beispiel auch bei Regentropfen oder auch zum Beispiel bei den Samenlinsen, wie wir sie in unseren Objektiven finden. Kurzwelliges blaues Licht wird dabei stärker gebrochen als langwelliges rotes Licht. Das führt zu zwei Problemen. Problem Nummer eins, die drei Grundfarben werden nicht auf derselben Ebene scharf abgebildet. So liegt dann die scharfe Abbildung der einzelnen Wellenlängen nicht gemeinsam auf dem Sensor, sondern zum Teil davor oder dahinter. Die einzelnen Farben, also Wellenlängen, haben also praktisch unterschiedliche Brennweiten. So entstehen dann purpurne Farbränder vor der Fokusebene und grünliche Farbränder hinter der schärfe Ebene. In diesem Foto kann man es sehr schön sehen. Scharf gestellt wurde auf das Sigma-Symbol. Die 200 mm haben purpuren Ränder und alles hinter dem Sigma-Symbol hat grüne Ränder. Diese Art der chromatischen Aberrationen nennt man Farblängstfehler. Und da kann man sagen, je offener die Blende ist, desto stärker wirkt er sich aus. Problem Nummer zwei, durch die praktisch unterschiedlichen Brennweiten der einzelnen Wellenlängen kommt es zu unterschiedlichen Vergrößerungen eben dieser Farbanteile. In der Bildmitte sind diese noch deckungsgleich. Zum Bildrand nimmt der Effekt aber immer weiter zu. Welche Farbe der Rand dabei zeigt, hängt davon ab, ob von der Mitte des Bildes aus betrachtet ein Übergang von dunkel zu hell oder von hell zu dunkel entsteht. Diese Art der chromatischen Aberrationen nennt man Farbquerfehler. Sie ist nur an Kanten sichtbar, die nicht radial von der Bildmitte aus verlaufen. Also sehen wir sie besonders häufig in senkrechten Kanten in unserem Bild. Es gibt drei Ansätze, um etwas gegen chromatische Aberrationen zu tun. Die Objektivhersteller können durch den geschickten Einsatz verschiedener Glassorten dafür sorgen, dass die beiden Wellenlängenanteile, die am weitesten voneinander abweichen, aneinander angeglichen werden, sowohl was den Vergrößerungsfaktor als auch die Schärfeebene angeht. Diese Art der Korrektur nennt man achromatische Korrektur. Wenn das Objektiv noch hochwertiger sein soll, wird auch die dritte Wellenlänge mit korrigiert. Hierzu werden dann mindestens drei Glassorten benötigt. Diese apochromatische Korrektur wird auf den Objektiven meistens auch durch das Kürzel APO beworben. Klar, dass dieses komplexe Linsensystem auch entsprechend teuer ist. Der Sensor der Kamera liest die Bildinformationen in den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau aus. Wenn der Firmware der Kamera die chromatischen Aberrationen des Objektivs bekannt sind, kann sie die einzelnen Farbanteile entsprechend vergrößern und verkleinern, um so die Verzeichnung bzw. chromatischen Aberrationen zu minimieren. Dazu muss das Objektiv der Kamera diese Informationen allerdings liefern. Aktuelle Software zum Entwickeln von RAW-Dateien enthält meistens auch eine Bibliothek mit gängigen Objektiven und deren jeweiligen Kennwerten. Diese Datenbank wird ebenfalls dazu benutzt, die einzelnen Farbanteile aneinander anzugleichen und so die chromatischen Aberrationen zu verringern. Natürlich gibt es zusätzlich auch Methoden zur manuellen Entfernung von Farbsäumen. Wenn du häufig Motive mit starken Kontrasten fotografierst, wie zum Beispiel in der Architekturfotografie, dann sind chromatische Aberrationen ein größeres Problem als beispielsweise in der People-Fotografie. Doch auch hier kommt es schon mal zu sichtbaren Farbsäumen, zum Beispiel bei Haaren auf sehr hellen Hintergründen. Insgesamt wirkt sich die chromatische Aberrationen aber auch auf die empfundene Schärfe eines Bildes negativ aus. Vergleicht man vor dem Kauf die Qualität von Objektiven zum Beispiel auf dxomark.com, dann findet man da eine Angabe zur chromatischen Aberrationen in Mikrometern. Dabei wird die maximale Abweichung zweier Wellenlängen voneinander gemessen und dementsprechend ist dort ein niedriger Wert der bessere Wert. Ich hoffe, du hast in diesem Video was Neues erfahren. Dann sei doch so gut und teil das Video. Hier unten habe ich zwei weitere Videos zum Weiterschauen eingeblendet. Und wenn du schon dabei bist, besuch mich doch auch mal auf meiner Facebook-Seite. Da gibt es immer wieder auch interessante Informationen zum Thema Fotografie. Zu guter Letzt schau doch mal auf markusfotos.de slash helfen, denn da kannst du erfahren, wie du mir helfen kannst, Videos wie dieses zu machen. Jetzt danke ich dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.